Aber im Frühling ist es noch gegangen, weil das Wetter ist noch gut gewesen. Da hat man gerne einen Dekw gekauft und draußen sitzen. Aber wo willst du jetzt sitzen? Wo willst du jetzt sitzen? In der Staub? Ja. Ich bin jemanden verzeiht, da waren wir noch hoch und zu. Und da haben sie mich angesteigt. Sie haben gehostet, ich habe es gehört, tosten. Man muss ein gutes Gehör haben, sonst merkt man das nicht. Dann muss man es eben so heiß machen. Da gibt es nur das Lachen. Es gibt eine Soße, aber ich weiss nicht, ob ich diese machen soll oder nicht. Oh nein, ich habe keine Milch. Es ist zwar schon ein wenig billig mit Ketchup. Aber ... Ja. Das macht einen schon nachdenklich, oder? Macht einen nachdenklich. Ich denke nicht. Ich will jetzt eine gute Salatsauce anhaben. So, dann für dich. Danke vielmals. Hallo. Das ist sie. Die geschmolzene Käskreation von Daniel. Wow. Mega. Wahnsinn, oder? Hätte ich nicht damit gerechnet. Wow, ja. Jetzt geht es sprachlos. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Ja, wir sehen uns. Vielen Dank.